Ein Thron. Ein Thronsaal. Der nichts bewirkt, wenn wir uns auf den Thron stellen. Weil er schon besetzt ist. Der nichts bewirkt, wenn wir uns auf den Thron. Der nichts bewirkt, wenn wir uns auf den Thron. Der nichts bewirkt, wenn wir uns auf den Thron. Der nichts bewirkt, wenn wir uns auf den Thron. Der nichts bewirkt, wenn wir uns auf den Thron. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Oh, Eiko hat nur Hand verloren. Ich denke nicht. Aua. Na, warte. Der werde ich noch den Gar ausmachen. Nur wie? Okay. Okay. Ähm. Ah, alles klar. So, und jetzt, in der Zwischenzeit, rammel ich dir mal ordentlich eine rein. Nochmal. Okay. Hinter diesen Dingern kann ich mich... Ach, mein Schwert ist weg. Es ist weggeflogen. Oh. Okay, man darf sich also gar nicht treffen lassen davon. Ah, alles klar. Okay. Das wollen wir noch mal. Muss ich jetzt mal mit der quatschen oder der Kampf schon begonnen? Ne, ich muss mal mit der quatschen. Aber ich skipp das jetzt einfach mal. Ähm, weil das kennen wir ja. So, das Schwert sollte man nicht vergessen. Ähm, dass wir uns im Übrigen auch schützt vor der... vor dieser Attacke. Und, äh, genau wie diese Statue. Jetzt warten wir das noch mal ab. Wir flitzen hier hin. Wir hauen hier einmal drauf und, äh, und müssen uns hier hinter verstecken. Wo... Ich habe keinen Plan, wo das Schwert hingeflogen ist. Und ich ziehe das Schutzschild einfach mal so... Hier weiter. Viel weiter geht's nicht. Jetzt muss ich mir umschauen. Irgendwo muss das Schwert rumfliegen. Da hinten ist es. Ah, okay. Dann schiebe ich das noch mal ein bisschen weiter vor. Und, ähm, ähm, wechsle jetzt gleich einfach mal die Statue. So. Na... Nein! Uh, Alter. So, jetzt nix... Wie her mit dem Schwert? Oh, letzte Sek... Das war knapp. Dafür kriegst du noch einen drauf. So, wo... Das Schwert ist irgendwie wieder hingeflogen. Gleich spiel noch mal. Ich geh mal bis hier hin. Und... Das ist da hinten. Dann... gehe ich... Mache ich den Weg nochmal so, dass ich, äh, bis hier hin gehe. Schnell... Zu anderen... Starthofplätze. Den nächsten... Den nächsten... Stoß abwarte. Und jetzt das Schwert hole. Was hier irgendwo sein muss. Alles klar. Okay. Abwarten. Abwarten. Und... Nummer drei. Zack. Ist es wieder weggeflogen. Shit. Bin ich auf meinem linken Ohr? Hab ich's gehört. Äh, in der... Ja, es ist auch da. Gut. So. So. Alles klar. So. Nummer vier. Wieder linkes Ohr. Nein! Schnell! Hier... Hier hinter. Ähm... Wo? Wo? Wo ist es? Das... Ach, da ist es ja. So. Schaffe ich das noch, da hinzukommen? Ich muss es schaffen. So. Und jetzt laufe ich. Ja. Alles klar. So. Nummer fünf. Das wird's dann wohl gewesen sein. Ja. Schieß du nur. Ähm... Was war das? Okay. Okay. Sie hat... Oh! Klar. Wie soll ich denn da jetzt mal an mein Schwert kommen? Die Frequenz hat jetzt mal übel zugenommen. Wo ist das überhaupt? Wo ist das Schwert? Schönt ihr das? Oh! Das ist da hinten hin geflogen. Pff... Hier ist überhaupt kein Schutz mehr an. Ich kann es nicht weiter ziehen. Also das ist das weiteste... Also, ne? So, das heißt, ich muss mich jetzt tierisch beeilen. So. Ich schieb... Muss die Statue wieder nach vorne schieben. Und, äh... Und, äh... Sie noch mal... Jetzt mal ein bisschen besser treffen. Beziehungsweise. So. Jawoll. Oh... Oh! So. Und, äh... So. es die war und neun ist heute und ist auch weg ouch Was Schicksal bedeutet. 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 Ja, wer weiß. Was Schicksal bedeutet. Was Schicksal bedeutet. Ich glaube, wie sehr viele. Ich glaube, was Schicksal bedeutet. Ja, ich hoffe, wir sehen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Und sag einfach mal bis dann. Ciao.